Jo, hi Leute, hier ist Kai von binärerstrategie.de und binäre-option-forum.de Ein kurzes Video über das neue Update des BO-Kai, also das haben wir geupdatet, jetzt auch im Forum drin, mit dem RSI, mit dem neuen Plus, jetzt heißt der RSI Lite, also hier, dass wir das optisch haben und sehen, wo er ist. Das ist das Plus, also oder Lite gesagt. Das sehen wir hier. Dann Candle Time ist mit eingefügt, das waren die Wünsche, dass wir die Candle Time drin haben und den Plus RSI Plus, also Lite. Update steht bereit bei uns im Forum. Ihr könnt es also jetzt runterladen im Forum, es ist freigegeben, der Leo lädt gerade alles hoch. Ja, ich hoffe ihr freut euch darüber. Und wünsche euch ein schönes Wochenende und sag jetzt Bye. Es war ein sehr kurzes Video, aber wie gesagt, ich wollte bloß Bescheid geben, dass das Update vom BO-Kai jetzt im Forum zum Runterladen bereitsteht. Ciao Jungs! Ciao Jungs! Ciao Jungs! Vielen Dank.